Hey, Kinders, was geht denn bei euch hab? Junge, willkommen zu Counter-Strike Global Offensive. Ihr wisst euch ja früher, ich war voll der Crack. Counter-Strike Source, ESL-Liga, Platz 1, ich hab jeden weggepimmelt. Ich war schon ziemlich gut. Aber hier, guck mal, Rekrut Rang 1. Ich hab mich immer stark gegen CSGO ausgesprochen. Deswegen ist es sicherlich umso lustiger, wenn ich jetzt mal eben Platz 1 der Wildrangliste erreiche, innerhalb weniger Spiele. Äh, sowas wie Road to Bad Motherfucker. Ihr hört vielleicht, ich bin krank. Ich mach mal kurz alle... Oh, Moment mal, was sind das? Was waren da vorne? F-Maps, Rails, Resort, Zoo, What? Locks, Season kenn ich. Agents, das 2, hey. Das 2, Train, Inferno, Dust, Aztec, kenn ich alles. Hier drüben, Assault, Italy, Office, Nuke, Metia, Vertigo kenn ich auch. Aber was ist Zoo und Lock und Resort? The fuck is that, bruh? Soll ich dich alle drin lassen? Dann verkack ich ja noch härter als, äh, als, ähm, ohnehin schon. Ja, ich klatschte einfach alle weg, komm. You must gain at least private rank 3, before practicing in competitive matchmaking. What? Wie wach ich meinen Rang hoch? Böder Bube. Oh je. Bin ich jetzt irgendwie besser geworden? Na also, Kinder, Kinder. Also, das Kaufmenü ist dieses Runde, ich weiß. Ich, ähm, ich hab früher schon immer mit Bicegrip gekauft, aber mein Bicegrip funktioniert hier nicht. Ich hab mir zwar extra mal eins geschrieben. Was? Warm-up. Kurz mal in das Ding gucken. Oh Gott, guck dich das an. Alter, was ist denn hier los? Warum schmeißt man den auch mit rechts? Oh mein Gott. Oh mein Gerd. Man schmeißt Kandidaten auch mit rechts einfach fallen lassen, oder was? Also, nach dieser schwachen Runde müssen wir natürlich auftrumpfen. Alter, ich krieg... Ich brauch noch, Leute. Ich brauch noch ein bisschen. Ich muss mir unbedingt noch ein Bicegrip schreiben, bevor ich, äh, hier competitive spiele, weil ich nämlich acht Jahre einkaufe. Oh Gott, ist da noch das ganze Team. Scheiße. Knub. Das sehe ich ja nicht mehr. Warum kann man fa... Leute, kann man fast Weapon-Switch ausschalten, dass ich die Waffe erst mit einem Linkskick anwählen muss, bevor ich sie gar nicht nehme. Geht das? Ja, gell? Ich zeige ihm, wie das ist... Oh Gott, sorry, Maid. Oh Gott, noch ein Maid. Alter. Ultrabehindert, da sind ja mir noch zwei Waren. Schade. Na, wir standen eigentlich gut für A, ne? Hm, der Dummen vorlassen. Das hat sich gelohnt, hä? Oh shit, Männer. Alter, kann man da hinten nicht mehr durch. Oh bitte, was ist hier los? Ah, das ist unserer. Ah, okay. Oh Leute. Hilfe. Hilfe. Ich kann's ja nicht anflashen mit meiner nicht vorhandenen Flashlight, weil ich ja keine Flashlight hab. Ich guck mir meine scheiß Waffe an. Oh mein Gott, ein AWP. Alter. Da steht einfach ein AWP. Nur noch zwei. Renn, Alter. Komm. Die letzten zwei sind auf B, Mann. Komm mit. Wir schreiben mit dem Team auch auf U. Boah, ich dachte, da bin ich erschreckt. Fück. Jeeh. Jeeh. Es gibt so viele Granaten. Oh, sorry. Voll verschmissen. Unsere Bombe geht eh ab, Männer. Let's go, komm mit. Komm mit, die vor uns schon smaken. Kein, ich bin die vor uns smaken, doch. Oh. Das Brett hat ein Brett von mir bekommen, Kinder. Aber da steht die Awe noch. Ne, das war die Awe, oder? Bombe, komm A. Oh Gott, Bombe A ist frei. Bitte, komm A. Komm. Ich flash auch kurz für dich. Oh, unsere. Es sind eh nur noch zwei. Er sieht, dass ich im gegnerischen Team bin. Er kennt mich aus alten Zeiten und weiß, ich bin der King. Von daher können sie nicht viel machen, hat er schon recht. Der zweite noch. Come on, Psycho. Mitte, beziehungsweise B. Und der andere kommt. Komm, wir holen die Awe weg. Jetzt gucken wir mal, wie die Awe ist hier in diesem Spiel. Fuck, ey. Schade, er hat die Awe safen sollen, nicht dödeln. Scheiße, nur noch 31. Alter, wie lange das gedauert hat. Oh, zwei Awe. Alter, wie krass. Wie viel habe ich ihm gegeben? Wie viel habe ich ihm anderen gegeben? Wo ist die Konsole? Wie machst du auf? Bitch. Je. Je. Alter, drei weggeholt. Bin schon so ein kleiner Tiger, nicht wahr? Ich habe schon so ein bisschen... Ich bin der Verrikte. Ich bin der Verrikte. Ich hoffe, geh doch drauf, Mann. Sie wollen unbedingt auf A gehen. Unbedingt. Den Matchpoint haben sie schon mal nicht bekommen, die Schweine. Komm, wir klatschen einfach nochmal alle mit. Ey, so viel Awe, wollt ihr mich verarschen? Booyashaka. Fuck, unsere Bombe ist Mitte down. Alter. Wow, das war nicht schlecht. Das hatte ich gerne gesehen, wie er mich geklatscht hat. Jetzt verkacken wir echt den Matchpoint. Hopp. Ah, guck mal da unten. Erfahrung gesammelt. Okay, ich muss noch die Kacke hier spielen, damit ich Bums spielen kann. Eben, jetzt schon. Bam, bam, ja. Seht ihr diesen Fortschritt? Oh yeah. Na ja, okay. Also dann, vielen Dank für's Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dann bin ich der Meister aller Pokémon. Ciao, ciao. Outro